Mein Name ist Matthias Lange, ich bin Profi Eishockey-Torhüter bei den Island Roosters in der DL. Auch die Roosters und ich unterstützen Sledge-Eishockey. Für uns zielt Sledge-Eishockey genauso zur Eishockey-Familie wie alle anderen Eissportarten. Und ich wünsche natürlich auch den Sledge-Hockey-Spielern und den ganzen Veranstaltern bei den Car-Wendel-Games alles eigentlich Gute.